So liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Ach, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich muss gerade mal ein bisschen wieder reinkommen. Moment. Genau, wir müssen zum Lovers Peak und wir haben gerade gegen diesen komischen Rusty gekämpft. Genau. Gott sei Dank ist es bei mir jetzt hier noch nicht so spät. Das heißt, das müsste ich nicht mal hinkriegen und mich nicht so doll in die Hose kacken. Ach, und hier haben wir schon wieder die Kontrollpunkte erreicht. Sag mal, wie schnell geht denn das? Alle 10 Meter kommt der Kontrollpunkt. Ei, 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 ei. Telefon. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Ist das Barry? Ach, er ist Barry. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Wenigstens einer, der uns jetzt glaubt. Ist doch gut zu wissen. Ob der es aber denn überlebt, ist eine andere Sache. Nicht so wie Rusty. Huch. Wäre das jetzt hier der Hauptweg gewesen? Ich bin jetzt einfach hier quer durchgegangen. Ach ja, die würden jetzt von hier kommen. Warte dann mal kurz. Dann werde ich mir hier... Uh, eine Manuskriptseite. Oh, und ein Sixpack. Geil. Nimm den Sixpack mit. Alter, das würde jetzt echt gut tun. Ein bisschen Alk. Ach Mann. Okay, hier haben wir Licht. Das ist gut zu wissen. Und da oben sind wir gekommen. Okay. Oh, Batterien. Perfekt. Rewalbum. Scheiße, wir sind voll. Also voll an einen Patronen. 42 Patronen haben wir. Aber wir könnten ja dann wieder zurücklaufen, als wir die Munition noch brauchen. Hoffentlich bleibt sie auch da. Oh, ich hab kein gutes Gefühl. Vor allem die letzte Aufnahme, das war ja noch in New York. Und das hat eine ganze Weile keine Action gegeben. Und hier werde ich sofort gleich reingeschmissen. Finde ich cool. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Aha, aha. Oh, ein Pfeil. Super. Ich will doch nicht rein. Scheiße. Okay, Leute. Dann gucken wir mal, was da hinter ist. Ach, du Scheiße. Habt ihr das gehört? Hier atmet wer. Scheiße. Hallo? Der O ist wer. War das ein Bug? Scheiße. Ich glaub, der ist kurz hängen geblieben. Sonst hätten wir den wahrscheinlich nicht so lange gesehen. Alter, scheiße. Oh, eine Schrotflitte. Super. Die nehmen wir aber noch nicht. Die haben dafür bloß zwei Patronen. Das ist echt kacke. Und Batterien. Perfekt. Es lohnt sich immer, wirklich alles abzusuchen. Aber das ist ja bei jedem Spiel so. Alter. Haben wir schon gekämpft? Ja, wir haben ja schon gekämpft, oder? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, gegen Rusty. Ach, ich bin so... Vergesslich. Na, 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 na. Ganz ruhig. Ist da ja nichts passiert. Gott sei Dank. Aber komischer Sound, der hier ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hör mal noch dieses Atmen. Sind wir das? Scheiße, da ist die Lampe ausgegangen. Oh, du legst die Klo. Kann man da auf Toilette gehen? Hallo? Kann man hier rauf? Kann man hier rauf? Alter! Boah, ich wollte auf Klo gehen. Ich wollte mir die Hosen, jetzt muss ich mir die Hosen machen. Alter, wo kommt er denn her? Scheiße, wir sind fast weg. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Was? Keine Munition? Alter. Ich bin so schlecht. Das kann doch nicht sein. Batterien. Wollt mich ja verkohlen. Okay, wisst ihr was? Ich hol mir jetzt da oben nochmal die Batterien. Äh, die Patronen. War das hier? Scheiße, war das hier? Ich weiß das gar nicht. Doch, das war hier, oder? Ja. Boah. Gibt's da oben Licht vielleicht? Ich hoffe, die Patronen sind noch da. Oh, Gott sei Dank. Sind wir wieder voll. Kaffst du irgendwo Licht, wo ich mich ausruhen konnte? Ja, wir sind wieder voll. Boah, ich dachte, das wird angezeigt, wenn die hinter einem stehen. Oh, shit. Oh. Diese miesen Schweine. Aber der Alan scheint ja ein guter Schütze zu sein. Wir haben ja auch in New York in seiner Wohnung eine Trophäe gesehen. Mit zwei goldenen Revolvern. War vielleicht eine Anspielung darauf, dass er mal schon mal geschossen hat. Und weiter geht's. Schön. Boah, geil. Da oben ist Licht. Da kommt das Licht her. Huch, sind wir von da hinten gekommen? Oder kommen wir da noch hin? Wir werden das Löcher rausfinden. Oder auch nicht, wenn ich zu oft sterbe. Kontrollpunkt erreicht. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Der Lava's Peak ist links. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich werde mal ganz kurz nach links gehen. Oh, ich höre... Oh, die kommen nicht wieder. Die kommen nicht wieder. Die kommen nicht wieder. Die kommen nicht wieder. Oh, die kommen jetzt wieder. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. ардским Papa ba 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 wo seid ihr wo seid ihr Scheiße schätze schätze kacke kacke machen Scheiße man habe ich mich erschreckt Alltah wieviel nennt der aus? Was war das denn? Da vorne sind noch mehr. Boah, das war aber ganz schön starker. Mann, noch einer. Das gibt's doch nicht. War's das jetzt mal? Der Hampelmänner. Och, shit. Ich hab eigentlich jetzt keinen Nerv nochmal zurück zu gehen. Tut mir leid. Wow, 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 wow. Aua. Der Hampelmann. Treff mal nicht. Scheiße, da vorne hab ich irgendwo nicht gesehen. Rennen um dein verkacktes Leben. Rennen! Och, nach zwei Metern gibt der immer schon auf, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt rennen. Rennen, renn, renn. Rennen, renn. Rennen. Renn, renn. Renn, renn, renn. Rennen, renn, 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 renn. Nein! Das Licht ist aus. Och, fuck. Schau, warum ist das Licht jetzt ausgegangen? leute kann man hier das licht an machen ja alter kontrollpunkt erreicht kurz durchatmen diese schatten sind echt zum kotzen man warum müssen menschen vor sowas angst haben vor allem ich wir haben nur noch 16 patronen ok jetzt haben wir wieder 28 das ist schon mal gut lavaspeak geht längst weiter gibt es hier noch sonst was habe ich nicht gerade eben noch eine manuskriptseite gesehen davon die tabusflasche die haben wir ja ewig nicht mehr gesehen oder mit dir nehmen sie die da unten ist auch noch eine aber da kommen wir vielleicht noch hin ich gehe da nicht runter konnte vergessen sorry vielleicht kommen wir da noch hin ich gucke gleich mal nach es hat mich jetzt richtig geerbt dass das licht ausgegangen ist oh gott sei dank konnte man das wieder einschalten wo war es das okay jetzt können wir weiter ach da vorne liegt eine manuskriptseite super so fix und wer hat sich leute das geht überhaupt nicht aber bist nicht du rame was geht gleich wieder los gleich wieder los ist da licht du 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 komm her ich hab dich gesehen komm her du musst dich nicht verstecken du brauchst keine axt zu haben der hat ne schaufel ok schaufel die brauchen ja ewig was hat der denn gemacht ich habe es dauernd auszuweichen alter ich muss wieder zurück das geht mir gar nicht jetzt rennen 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 um dein versauftes leben alter rennen 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 jetzt musst du rennen jetzt hast du keine andere wahl jetzt rennen jetzt rennen zwei meter er rennt nur zwei meter so einen unsportlichen typen habe ich ja noch nie gesehen scheiße boah das hat mich jetzt aufgeregt da hinten war das licht vielleicht sollte ich sie dorthin locken wenn ich das überhaupt schaffe du kleines bieses ding du klein hat deine Darth Vader Maske auf? Aua Aua Schock Alter wie soll man das denn schaffen? sag mal Alter wie viele sind denn das? Alter ich stell mich wahrscheinlich viel zu dämlich an das ist eigentlich total leicht bestimmt ich meine das spiel geht ja noch nicht so lange wie ich mich anstelle viel zu dumm einfach nichts gecheckt ha ha ich sterbe schon wieder nein renn lieber da vorne ist licht ich muss das jetzt schaffen da vorne war licht ich werde zuerst zum licht rennen und einen nach den anderen dann ausschalten ha ha bin doch nicht doof leute jetzt rennen junge du musst rennen du musst rennen wie du sagst du musst rennen ha ha einer ist sogar gestorben aber weg sind sie sind wir noch voll ja okay und zurück ins licht zurück ins licht so muss man das machen ich weiß nicht ob man das so machen soll aber das waren viel zu viele und dann war doch so ein Panzer da Tank oder keine Ahnung ein halber Gorilla oh mein Herz rast grad voll ah wo seid ihr? kommt her renn zurück renn zurück renn zurück renn zurück oh Gott sei Dank oh tut mir leid dass ich das so machen muss aber ich sehe da keine andere Möglichkeit oh wir müssen so hier müssen wir lang scheiße jetzt müssen wir noch einen Umweg gehen oder was ich wollte mich doch verarschen oh kommt her kommt her na ich verschwende sonst nur die Batterien scheiße Jule ich hab dich nicht verstanden Kumpel da war grad er ich hab ihn gesehen ich muss noch ein bisschen warten bis die Batterie aufgeladen ist jetzt ich würde ja weiter laufen aber ich bin mir nicht sicher ob die mich verfolgen boah boah diese scheiß Revolver Munition die muss man nicht einfach nachladen boah diese scheiß Revolver Munition nur noch 13 Patronen das ist schon geil man ist voll aufs Licht angewiesen okay weiter geht's alter was ist das denn was ist das thermos Flasche super die stehen hier überall rum sehr schön oh ich brauch Batterien huch was ist das denn ach steht da was steht denn da ich kann das gar nicht lesen Hup Moment äh ja jetzt ach hier steht was der Baum aus diesen Ringen stammte begann 1846 zu wachsendem Jahr als die Oregon Kompromiss unterzeichnet wurde weitere wichtige Ereignisse ja okay ihr könnt den Stock machen und durchaus selber angucken äh durchlesen Huch ach jetzt sind wir hier ist das waren wir nicht von hier oben haben wir nicht hier runter geguckt hier geht's nicht weiter hier geht's nicht weiter Leute hier geht's